Modern Warfare 2 Gameplay Testaufnahme Hallo und herzlich willkommen zu einem Gameplay von Modern Warfare 2 und zwar spiele ich hier auf der Map Invasion mit der Klasse mit der UMP-45, der Rafika mit einem Rotpunkt-Visier, eine Splitter-Granate, Handgranate, Marathon-Pro und Feuerkraft-Pro und Ninja-Pro. Das alles, die ganze Geschichte dauert sieben Minuten lang und dann lasse ich euch mal den Rest hier alleine und genießt dieses wundervolle Gameplay. Tschüss! Die Ranger-Sarmt-Slow Das alles, das alles, was wir nicht gesehen. Ich hatte einen Frібant, das ist's. Das sind's. Das ist's. Das ist's. Das ist's. Das ist's. Die Auslehrungsdrohne bereit. Lade nach. Wo sind Sie bereit zur Auslieferung? Wo sollen Sie hin? Ziel neutralisiert. Aufklärungsdrohne online. Ziel erledigt. Lade nach. Ziel neutralisiert. Längst du das weiterziehen? Ziel erledigt. Verbündete Predator-Rakete im Anflug. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Wieder nach. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Lade nach. Ziel neutralisiert. Wechsle das Magazin. Achtung! Feindliche Auslehrungsdrohne gesichtet. Lade nach. Ziel neutralisiert. Ziel neutralisiert. Ziemlich. Ziemlich. Verbündete Herrier kommt. Vorräte sind unterwegs. Aufklärungsdrohne online. Ziemlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Ziel erledigt! Aufklärungsdrohne online! Wechsle das Magazin! Ziel erledigt! Ziel neutralisiert! ZDF für funk, 2017 Verbündete Kälter-Faracete im Anschluss! Unsere AC-130 ist in der Luft! Ziel erledigt! Ziel erläutigt! 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 Ziel neutralisiert. Verbündete Harrier kommt. Blindspanate. Verbündete Predator geht im Handlung. Vorräte sind unterwegs. Verbündete Harrier kommt.